Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 von Let's Play Need for Speed World. Erstmal kurze Entschuldigung, weil wir wollten eigentlich die Folge aufnehmen, wie wir die Autos tunen. Warum auch immer, Fraps hat das anders gesehen und hat keine Aufnahme gemacht. Wir sind jetzt quasi fertig mit tunen und direkt vorm nächsten Rennen. Ja, habt halt einfach Pech gehabt. Das Leben ist hart. Multiplayer? Ja. Erste? Gut. 3, 2, 1, go. Ja. Oh, teilnehmen. Bei mir bin ich drin. Ja. Drück, drück. Hab. Ja, gut. Oh, Level 16. Krass, dass es mal funktioniert hat. Also wir sind jetzt, wie man hier unten so schön sieht, Klasse D. Die geht bis 399 Autostärke. Autostärke nenne ich das einfach mal. Also mir züglich fehlt quasi noch so ein bisschen was, um da oben mitzuspielen. Das wird man wahrscheinlich auch gleich merken. Wenn ich nicht mehr Erster werde, sondern ganz knapp Zweiter. Was hast du eigentlich für einen Wert? 383. Oh, okay. Ja, gut. Also dann brauch ich mich wohl mit dir nicht unbedingt anlegen. Aber der Traffic-Magnet wird mir helfen. Mit mir hold sein. Den hab ich jetzt auch noch. Ja, aber du bist zwar vor mir sein, von daher auf mich kannst du wahrscheinlich nicht werfen. Das stimmt, aber ich glaub nicht, dass ich Erster sein werde, von daher immer schon furcht werden. Jo, zieh doch mal auch gleich weg. Ja, komm, überhol mich gleich. Nein, so nicht, Junge. Vergiss es. Was macht denn der? Du darfst nur nicht Erster sein, weil ich gleich den Traffic-Magneten reinhau. Kannst du denn ja... Nein! Au! Ja, ich habe abgehoben. Ja, geht's halt. Mein armes Auto, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Du weißt, ich hab den grad lackiert. Das ist auch geil. Hab ich keine fünf Minuten ausgehalten. Nur, der Reifen kann nicht mehr. Krass, ich bin nicht Letzter. Okay, es gibt noch einen, der blöder fährt als ich. Das ist echt ein Wunder, muss ich sagen. Wahrscheinlich so ein Einäugiger mit zwei Fingern. Hast du noch einen Traffic-Magnet? Ja. Dann hau den mal gleich rein, sobald er mit dem anderen wieder. Okay. Zieh, du Auto, du! Ich bin immer noch nicht auf Kilometer umgestellt. Okay. Die Kurve haben wir. Das gibt's doch nicht. Vorher bin ich so gut gefahren. Das ist mir bestimmt das Auto zu schnell. Ja. Das gleiche berorieren wir mich auch. Hat der noch einen Traffic-Magnet dran? Ne, der ist gerade ausgelaufen. Dann hat er jetzt von mir. Oh, hat er wohl auch gerade genutzt, sag ich mal. Weil ich ganz knapp hinter ihm bin. Und er hat schon wieder einen. Ah, ich hab schon wieder die Abkürzung verpasst, versaut und hast du nicht gesehen. Scheiße, 86 Prozent, Alter. Ich hab das nicht mehr. Was bin ich, was bin ich, was bin ich, was bin ich? Oh! Was bin ich? Oh mein Gott. Der ist nur 0,05 Sekunden hinter mir. War absolutes Foto, find ich. Okay, und ich bin letzter geworden, weil direkt vom Ziel hat mich der Aschner überholt. Ich will da so mal spielen. Ja, kein Problem. Die Möglichkeiten haben wir ja jetzt. 5.200. Sehr schön. Goldenes Päckchen. Katapult 5. Nochmal fahren. Ich hab noch einmal fahren gedrückt. Also ich hab jetzt nochmal dreimal Verkehrsmagneten dazugekriegt. Das ist schon mal recht praktisch. Sehr praktisch. Wo sehe ich eigentlich? Ne, hier auf dem Bildschirm gar nicht. Das war nicht schlecht, ey. Also 0,05 Sekunden. Absolutes Foto, find ich. Beide Nitro rausgehauen, damit es noch klappt. Na, ist gut. Alter, ich bin viel zu schlecht dafür. Ich hab das viel besser raus und dann trugst du den Haus hoch verloren. Sag mal, drückst du eigentlich Bremse oder die Handbremse? Normale Bremse eigentlich. Es sei denn, wenn ich merke, ich fahre in die Mauer, dann drücke ich nochmal die Handbremse, dass ich mit der Seite dagegen krache und gleich weiterfahren kann. Weil auf so Späße wie auch nochmal zurückfahren oder sowas, hab ich keinen Bock. Aber sonst, um die Kurve, normale Bremse, also nur bei krassen Kurven. Bei normalen Kurven nehme ich einfach außen das als Bande mit. Wie das jeder normale Autofahrer auf der Autobahn auch macht. Das ist aber auch kurz die 5 Kilometer, ey. Ich fand das ja schon zu lang. Ich war zwischendrin erst dann und hab schon gehofft, dass es vorbei ist. Oh oh, 6 Leute. Wer zählen kann, ist klar ein Vorteil. Und gar nicht mal so hoch, alle. Und der war ganz cool. Ja, das stimmt. Wobei man an dir sieht, dass man auch mit Level 6 schon knapp 1399 sein kann, ne? Ja. Ja, ich hab einiges vorhin gekriegt. Ich hab gar kaum was gekriegt. Außer die coole Aufladung, die ist natürlich cool. Jo, der... Wieso zieht denn der so weg? Ich glaub, es hackt. Wieso zieht denn der links von mir so weg? Keine Ahnung. So ein Arsch. Der ist gut. Ja, ja. Hatten wir eben gesehen. Wow! Okay, Mauer! Ah, danke für den Autofen. Alle fahren sie in die Mauer. Alle fahren sie in die Mauer. Au! Ja klar, wer kriegt den Scheißreifen? Ich bin aber noch Vierter. Ja? Dritter. Ja. Ja, der kann die Fahrzeuge wegmachen. Ja, das ist dieses Schwergewicht, wie es heißt. Dann kannst du quasi alles wegrammen. Das, was wir bei den Polizeigedöns da benutzt haben. Oh, das stellt er sich in den Weg. Das hast du mit Absicht gemacht. Ich hab mir schon nichts dafür, Junge. Gibt's überhaupt nicht. Hau mal Verkehrsmagnet rein, wenn du noch hast. Nee, hab ich eben schon gemacht. Ey, sag mal, was ist das denn für ein Arsch? Au! Ey, das suchst du aber auch nur mich raus, oder? Was soll das denn hier? Ich hab mich von so einem Billigauto überholen lassen. Gibt's doch gar nicht. 76%. 79%, das wird knapp. Oh, ich hab schon wieder verpasst, dass da eine Abkürzung ist. Ich auch. So eine Scheiße. Jedes Mal, dadurch kacke ich ab. Ich bin zu blöd, die Dinger zu sehen. Aua. Nein, nein, du Aua. Der hat das nicht genau vor mich geschoben, das Auto, in der letzten Sekunde. Das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, kurz vor dem Ziel, rammt der das Auto in meine Fahrt. Als bei der Hackern. Ja, mit Sicherheit. So, ein. 4.500 wenigstens. Aufhängen. Oh, Verkehrsmagnet. Super. Ja, noch eins. Nito. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Nochmal fahren. Direkt wieder voll, Anne. Das ist unfair. Ey, das ist echt krass. 348. Wenn ich ein bisschen Geld reinstecke, so in die Höhe von dir kommen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kann ich vielleicht sogar wirklich vorne mitfahren. Ja, Skill brauchst du ja nicht. Nö. Skill braucht kein Mensch. Den kann man leider nicht kaufen. Das ist scheiße. Das wäre cool. Wobei, du musst aufpassen, bei dem Spiel wäre es wahrscheinlich 80 Euro für zwei Tage. Weißt du ja. Fail-to-Win-System. Ja, ja. Aber E auf D ist schon hart. Wie schlimm das ja später werden muss. Mhm. Stell mich komplett zu. Wir warten noch auf den... Das kann ich nicht aussprechen. Das will ich auch nicht aussprechen. Ich versuche es trotzdem. Xrodo Vitti 19 8 X. Ja. Genau. Ist ja egal. Wenn der nicht mitfährt, fährt der nicht mit. Ach stimmt, der fliegt ja dann eh automatisch. Ja. Event beginnt in 0. Na, jetzt. Es lädt. Ich hasse es, wenn es lädt. Aber das Video muss ich unbedingt noch mal gucken. Der ist mir so sympathisch. Wieso starte ich denn das letzte? So kann doch kein... Kein Fame aus mir werden. Ne, wie sagt mir das? So überholt den Marginal, Daniel. Aua. Macht das doch mit. Ich hab vorher gebremst. Ne, diesmal nicht. Au. Ja. Ey, fahr mir doch mal hinten rein. Weißt du, ich kann mir das nicht so vorstellen, wie du... Stimmt überhaupt nicht. Jetzt hau ab, du. Na, na. Oh, oh. Das war blöd. Boah. Ja. Das hatte viel Blödes. Weißt du, was mich jetzt noch retten kann da vorne? Ne Massenkarambolage. Dann hab ich noch keinen Arschloff. Ach du Arschloff, handelt mich an. Komm, zieh! Ich bin durchaus... Oh, boah. Oh Gott. Verdammt. Ich bin durchaus skeptisch, dass das noch was wird. Okay. Den. Hätt ich beinahe kriegt. Na ja, natürlich der... Ich bin letzter. Junge. Oh. Juhu, Alter. Ich fahre immer noch. Und werde, glaube ich, das Abstand letzter. Oh ja. Ja, allerdings. Jetzt komme ich erst an. Geil, Alter. Geil ist drin. Na ja, das war total scheiße. Aber ohne Power-Up nicht zu schaffen. Ich schneide das raus. Ich kriege nur Goldkarte, bitte, lass es gut sein, die. Toll. 5.000 Geld! Was heißt denn eigentlich dieses Power-Up bereit? Verdammt scheiße. Das ist kein Plan. So, einmal fahren wir noch in der Folge. 66 Meilen von 100 Meilen Distanz habe ich schon zurückgelegt. Ich konnte nicht mehr draufdrücken. Doch, du bist drin. Loreno. Nein. Ich bin hier draußen. Okay. Versuch doch mal... Geh doch mal auf... Jetzt bist du raus. Geh doch mal auf Multiplayer und guck mal, ob du... Wenn du reinkannst, was 24 Sekunden hast du noch. Nee, ist der erfüllt. Klassenbeschränkungen nicht erfüllt. Hä? Ach nee, C-Klasse-Event. Ja, ich bin auch aus der Gruppe raus. Ich kann aber nichts machen. Ich komme raus. Ja, sorry. Nö, ist halt so. Passiert. Ob du? Ob du? Ja, Sekunde. Also, ich bin hier. Ich bin hier. Oh, ja, es ist gut. Na dann. Ich lade dich mal wieder ein. Du bist noch in meiner Gruppe links oben. Bei mir nicht. Gruppe 1 von 8 steht da, aber... Okay, gut. Dann lösen wir die Gruppe halt auf und machen es... Wie immer das geht. Irgendwie buggy. Wie löst man die Gruppe auf? Gute Frage. Ich weiß nicht mehr. Ja. Es gibt echt Sachen, wo ich einfach zu doof anscheinend für bin. Ah, jetzt bin ich wieder in deiner Gruppe. Ah, gut. Ja, dann. Ich sag mal nicht, dass da gewisse Bugs noch drin sein können. Warte, ich komme sofort. Sofort. Jetzt bist du wieder weg. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin wieder weg aus... Moment. Moment. Moment mal. Moment. Moment. Äh, äh. Dir ist schon aufgefallen, dass eine Aufnahme läuft? Äh, ja. Ich bin sofort wieder da. Ah, gut. Na dann. So, da bin ich. C Nitro. Oh, komm. Du musst nochmal dran fahren. Okay, Multiplayer, kann ich klicken? Habe ich geklickt? Warte. Ich auch. Ah, schauen wir mal. Sollten wir so ein Rennen ja eigentlich noch schaffen. Und die Strecke ist ganz cool, finde ich. Ja, ja. Na, ja. Teilnehmen? Äh, nein, habe ich noch nicht. Gut, dann warte ich. Jetzt läuft's aus. Moment. Gleich läuft's aus. Jetzt muss ich wieder zurückfahren. Okay, mache ich dann auch. Das ist eben ganz leicht behindert. Wahrscheinlich machen wir es auch total falsch, weißt du? Ich wette. Drum. Jetzt kommt bei mir teilnehmen. Ich mache Ableben. Äh, ja, ja. Ich fahre nochmal weg und fahre nochmal vor. So, Multiplayer, ja? Ja. Gut. Ich muss mir echt mal googeln, ob es irgendeinen Sinn hinter diesem Matchmaking-System gibt. Teilnehmen? Habe ich noch nicht. Oh, gibt's gar nicht. Ah, müssen wir wieder zurückfahren. Wenn ihr zwei Deppen sehen wollt, die ganze Zeit nur vor und zurückfahren, damit... Jetzt steht Teilnehmen bei mir. Drück mal Multiplayer. Und es kommt nichts. Bis zu uns kommt. Ablehnen. Nochmal neu hinfahren. Das hat auch wenn so gut geklappt. So, Multiplayer. Suchen vom Paaren. Äh, teilnehmen. Teilnehmen? Ja. Mein Gott. Jetzt fahren wir alleine, wetten? Toll. Das wäre doof. Das ist ja... Ja, vor allen Dingen, guck mal, das geht nur noch kurz. Wir zählen, wenn jetzt nicht noch jemand reinkommt. Dann fahren wir halt. Ja, fahren wir noch eine Runde. Dann weiß ich ja schon, wer jetzt weiter wird. Ja, ich. Nein, das glaube ich nicht. Ich mag gekonnt gedreht. Von der Autoleistung. Das war Zufall. Das war Zufall, dass ich jetzt... Dass man wirklich so gut gefahren bin. Also die letzten waren... ...dalsch. Schlecht. Ja, das ist Wasserglück wenig gerade, wo ich, äh... ...auf die Motorleistung, äh... ...wo du auf die Motorleistung bauen kannst. Na? Ja, klar. Irgendeiner von uns beiden hat die Kurve gekriegt? Ja, ich glaube es auch. Ist dem einer dann dummerweise innen reingefahren. Mach das nicht. So, klar. Scheiße, es war blöd für mich. Ich bin genau hinter dir, Junge. Ja! Nein, du! Ey! Was war das denn? Warum bist du weggeflogen, obwohl ich den nach rechts geschoben habe? Beim ersten nach links, genau gegen mich. Und ich habe auf die Seite gelegen. So, und das hast du jetzt davon. Danke. Ich hätte es jemand anderem gegeben, aber du weißt ja. Mehr ist nicht immer selbst der Nächste. So. Oh. Wieso komme ich denn nicht mehr durch? Beim ersten Mal war das so gut. Das gibt es doch gar nicht. Dann könntest du mal bitte langsam einen Fehler machen. Ich habe schon einige gemacht. Nicht genug. Ganz offensichtlich nicht. Könnte ich echt mal gewinnen. Aber sind wir ehrlich, wenn das mit mehreren Spielern gewesen wäre, dann hätte ich... Also die Runde, die schneide ich auch raus. Das reicht mir jetzt. Ey komm, du hast auch... Ein Rennen hast du doch auch gewonnen, oder? Ja, das erste. Jo, wahrscheinlich kommst du noch drei Minuten vor mir ins Ziel. Echte, ich habe auch jede Ecke gekriegt in der Runde. Das gibt es doch gar nicht. So, Leute, das war Folge Nummer vier. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.